Kornneuburg Gleis 3 Die Abfahrt des Zuges 1279 nach Vorriedsdorf um 8 Uhr und 3 Minuten Uhr steht unmittelbar bevor. Bitte halten Sie sich von den Türen her. Die Dornart Deiner Aktivität Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 In Kürze erreichen wir den Hauptbahnhof S-Bahn um 1. In Kürze Station Wien-Hauptbahnhof S-Bahn U1 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Ausstieg in Fahrtrichtung mit Fahrtrichtung Zug nach Corneuburg, nächster Halt, Next Stop, Wien Quartier Belvedere, Vorsicht beim Aus- und Einsteigen, Mind the Gap. Zug nach Corneuburg, nächster Halt, Next Stop, Wien Quartier Belvedere, Vorsicht beim Aus- und Einsteigen, Mind the Gap. In Kürze erreichen wir Wien Quartier Belvedere, Vorsicht beim Aus- und Einsteigen, Mind the Gap. Station Wien Quartier Belvedere, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 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 Zug nach Korneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien Rennweg. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie unbenützte Sitzplätze von Taschen oder Jacken freizuhalten, damit auch neu zugestiegene Reisende einen Platz finden. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung. Zug nach Korneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien Mitte, Landstrasse U3, U4, City Airport Train. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the Gap. In Kürze. In Kürze erreichen wir, Wien Mitte, Landstrasse U3, U4, City Airport Train. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the Gap. Mind the Gap. Aus- und Einsteigen. In Kürze. 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 So? Rück nach Kornneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Pratestern U1, U2. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Kornneuburg. 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 In Kürze erreichen wir Wien-Pratestern U1, U2. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Kornneuburg. Station Wien-Pratestern U1, U2. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Kornneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Pratestern U1, U2. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Schöneuburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster Halt, Next Stop, Wien-Handelske, S-Bahn U6 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Untertitelung des ZDF, 2020 Zug nach Korneuburg Nächster Halt, Next Stop, Wien-Floridsdorf, S-Bahn U6 Vorsicht beim Aus- und Einsteigen, Mind the Gap Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mind the Gap. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Station Wien-Floridsdorf, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Für Ihre Wachsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Für Ihre Wachsamkeit. 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 Zug nach Korneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Brunnerstrasse. In Kürze erreichen wir Wien-Brunnerstrasse. 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 Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Kornneuburg. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Strebersdorf. Wien-Brunnerstrasse. In Kürze erreichen wir Wien Strebersdorf Station Wien Strebersdorf Ausstieg in Fahrtrichtung links Ausstieg in Fahrtrichtung